Dann brauche ich nicht mehr, dass mir das erspart, wie die Zeit. Welche Zeit? Die Zeit der Dino-Tigarette. Wo bin ich denn? Ich habe Angst vor Begebenheiten, Ängste vor Situationen, obwohl ich weiß, dass diese Ängste sich überhaupt nicht klonen. Versteckst du dich oder drehst du dich weg? Nur im Kopf spielen sich Dinge ab, die keiner versteht. In meinem Kopf spielen sich Dinge ab, die keiner versteht. Versteckst du dich? Versteckst du dich? Versteckst du dich? Versteckst du dich? Was ist so ein Schmeich? Was ist so ein Schmeich? Was ist so ein Schmeich?